Hallo und herzlich willkommen bei GameModeOn. Ja, ich bin Rotek und ja, das ist ein kleines Infovideo, mehr oder weniger Infovideo, ja doch, und zwar geht es darum, dass ich ein paar Sachen eventuell so thematisieren will, wie soll man das sagen, so, wir nehmen irgendein Thema und ich labere da ein bisschen so drüber, so über Neuigkeiten, über das, was, keine Ahnung, irgendwas, das, was ihr habt, halt wollt, ihr könnt mir ein Thema nennen, ähm, zwei Spiele, irgendwie so, so, was wie StarCraft 2K, StarCraft 2 Guides, Neverwinter, Skyrim, was ich davon halte und so, dann erzähl ich euch einfach so zu, was ich so, was mir da so zu einfällt, was ich davon halte, ähm, was ich dazu denke, also eigentlich so ganz, was ganz Normales so, ähm, wie gesagt, ihr könnt mir alle möglichen Themen nennen, ähm, desweiten werden wir auch ein paar Fragen dann in solchen Videos durchgehen, aber dann nicht nur mit, ähm, einem Standbild, uh, es bewegt sich, nein, ich werde dazu natürlich dann auch, ähm, ein paar Bilder draus suchen, euch ein paar Bilder zeigen, ähm, eventuell kleine Videosequenzen, wenn ich was finde, und, ähm, ja, was kann man dann, das kann man dann so machen, so, ja, was halt, was, was, was ihr halt so interessant findet, wir können halt im Prinzip über alles reden, was man natürlich auch machen könnte, wäre, sich so, so ein Gast zu holen, mit dem man dann über gewisse Dinge redet, zum Beispiel nicht immer ganz interessant ist das Thema, ähm, Retro-Games, so, so was wie, ähm, früher Super Mario, oder, ähm, die alten Zelda-Teile, oder die ganzen alten SS-Games halt, dass man da, sag ich jetzt mal, dass ich jetzt einfach mal sage, yo, Drax, mit dir machen wir jetzt ein Video zusammen, ähm, ist so ein Beispiel jetzt, ne, also, nichts zu hinein interpretieren, ähm, können wir trotzdem mal machen, gehört, dass ich jetzt mit Drax zum Beispiel über diese alten Games rede, was er davon hält, und, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, ähm, ja, auf jeden Fall, so was für eine Art hab ich eigentlich vorgehabt, warum meine Musik jetzt ausgegangen ist, hab ich leider keine Ahnung, da haben wir doch so so cool Musik, hey, Fehler aufgetreten, auch nicht schlecht, ja, weiter, weiter zum Thema, also, so was interessiert mich halt so, so, so Retro-Sachen, was, früher mal, war auch richtig geil, war, vor allem, ähm, es gibt ja auch noch genug, ach, jetzt weiß ich, was los mit Internet ist weg, ja, ähm, es gibt ja auch genug Leute, sag ich mal, oder, es gibt ja auch genug von euch, die, denke ich mal, eventuell die alten Spiele nicht kennen, aber ich denke mal, ein Großteil wird halt sowas kennen wie Super Mario's, ähm, World, was früher halt mega war, und wo es mittlerweile ja auch Millionen von Hacks gibt, ähm, man könnte sowas natürlich auch mal let's playen, wäre auch kein Problem, oder halt streamen, oder, ja, sowas, so, sowas möchte ich halt gerne mal mit euch reden, oder, ähm, das thematisieren, ihr könnt mir sagen, ihr könnt mir einfach mal Fragen stellen, also egal was, und ich werde gucken, ob ich das dann beantworte, oder nicht, wenn so stumpfe Fragen kommen, dann, ähm, ich denke eher weniger, aber halt, äh, nennt mir irgendwelche Themen, was euch interessiert, ähm, dann werde ich mich da mal ein bisschen drüber schlau machen, und so, und dann werde ich einmal die Woche ein Video hochladen, eventuell zweimal, je nachdem, wie viel Themen kommen, über wie viel reden wollen, ähm, ob ich genug Leute finde, die halt mit mir darüber reden möchten, und sowas, man kann natürlich auch, ähm, andere YouTuber können natürlich auch sagen, ja, ich möchte mal mit dir über das und das reden, und so, das wäre natürlich auch kein Problem, ich hoffe, ihr, ihr wisst, ihr wisst schon, was ich meine, so, dann, ähm, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet, und, ähm, wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr dir auch gleich ein Thema vorschlagen, nur so am Rande, ja, das war eine gute Idee, oder? Finde ich schön, ähm, was könnte ich denn noch machen, ähm, könnten wir sagen, dass ich Terraria verlose, weil ich es noch ein paar Mal habe, neite nicht mehr, das kommt beim nächsten Mal, so, ich danke an dieser Stelle aber mal, macht's Gute und bis zum nächsten Mal, bye bye!